Jagdvergaben sind in Tirol oft eine emotionale Sache und so sorgt auch ein Jagdpächterwechsel in der Gemeinde Schönwies für politische Revierkämpfe. Der Unterlegene, ein bekannter Oberländerunternehmer, wirft dem Bürgermeister Freunderl Wirtschaft vor. Nicht er hatte den Zuschlag erhalten, sondern ein vom Bürgermeister favorisierter Jagdverein, der auch noch viel, viel weniger geboten hatte. Die Opposition schäumt und hat eine Aufsichtsbeschwerde eingelegt. Achtung, Jagdpächterwechsel. In Schönwies wird scharf geschossen. Es sind zwei begehrte Jagdreviere, die die Agrargemeinschaft dort gemeinsam zu vergeben hat. Die Jagden Larsen und Sonnseite, insgesamt 2300 Hektar groß. Es ist eine Gemeindeguts Agrargemeinschaft und deshalb fallen die Pachterlöse auch der Gemeinde zu. 36 Jahre lang hat Erwin Bouvier, Chef der gleichnamigen Unternehmensdynastie in Zams, die beiden Reviere gepachtet. Bei der Neuvergabe fiel er jetzt durch. Was uns alle wundert, uns Anbieter, dass man es ausgeschrieben hat im Februar, die Jagd. Und war aber von vornherein klar, was sie bekannt. Und das muss ich schon sagen, das hat mit einer Sachentscheidung nichts zu tun. Das ist schon eine politische Entscheidung. Sie haben das Gefühl, es ist Freunderlwirtschaft? Ich habe das Gefühl, es ist Freunderlwirtschaft. Das hat mit Freunderlwirtschaft nichts zu tun. Und es geht in unserem Gemeinderat nie um Freunderlwirtschaft, sondern um Sachlichkeit, um dementsprechende Fakten. Sieben Angebote wurden für die Jagd gelegt. Sie reichen von 12.000 Euro bis 23.700 Euro netto pro Jahr. Der Gemeinderat beschloss allerdings nicht, den Höchstbieter zu nehmen. Es solle jemand aus der Gemeinde sein. So kam der Schönwieser Jagdverein zum Zug, für den der Bürgermeister besondere Sympathien hegt. Ein Verein, der eigens zu diesem Zwecke gegründet wurde. Der Boot zwar am zweitwenigsten, soll aber dafür umso mehr Vorzüge haben. Ausschlaggebend ist für einen Jagdverein, dass im Grunde genommen eine breite Basis an Jäger zukünftig auf die Birsch gehen können. Insgesamt 25 in zehn Jahren. Ein weiterer Punkt, dass sie sich zur Verfügung gestellt haben, in Form von freiwilligen Leistungen, Jung- und Schutzwaldpflege, Wildverbis gering halten. Und zudem der Gemeinde Schönwies für einen Sozialtopf dementsprechend noch einen Abschuss zur Verfügung stellen. Die Opposition hat die Behördenaufsicht in Innsbruck eingeschaltet. Sie glaubt, dass die Vergabe nicht rechtens war. Auch im Gemeinderat wurde dies ausführlich diskutiert. Neben dem aus unserer Sicht Bestbieter, dem bisherigen Jagdbächter, gibt es auch noch ein klar besseres, rein Schönwieser-Angebot. Mit Garantien, dass auch Schönwieser jederzeit auf die Jagd gehen können. Und interessanterweise ist auch dieses Angebot nicht zum Zug gekommen. Ortet man hier ein besonderes Fäbel seitens des Bürgermeisters für den Jagdverein, der hier zum Zug gekommen ist? Ich könnte mich dieses Eindruckes nicht entziehen. Zudem verzichtet der Bürgermeister mit dem zweitbilligsten Angebot unzulässigerweise auf insgesamt 50.000 Euro zusätzlichen Pachteinnahmen. Hier geht es um jeden Euro. Wir sind sehr viel auch auf öffentliche Zuwendungen angewiesen in einer solchen kleinen Gemeinde. Und da sind 50.000 Euro ein großer Betrag. Wenn es letztendlich um die Wirtschaftlichkeit geht oder ob der Substanzverwalter im Endeffekt die kleine Agrargemeinschaft geschädigt hätte oder dadurch schädigt, das wird die zentrale Frage sein. Das hat natürlich dementsprechend die Behörde in Innsbruck gesprochen, die Agrarbehörde zu beurteilen. Und da läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren, was ich natürlich schwer dokumentieren kann oder interpretieren will. Der Zammer-Unternehmer Erwin Bouvier, der Unterlegene, muss deswegen nicht die Flinte ins Korn werfen. Er hat noch eine zweite Jagd in Zams und dieser Pachtvertrag ist kürzlich ohne Umstände verlängert worden. Dankeschön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017